Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit den lieben Green Place YouTube und wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, wir befinden uns jetzt in der Runde und nicht später. Und ich würfel. Am besten würfelt man immer, weil man gar nicht würfelt. Ich habe nur zwei. Ich habe nur eins. Ich habe einen blauen Totten, der ohne Name. Der hat aber einen Namen. Hi! Ganggame ist scheiße. Moment, wer ist scheiße? Ganggame. Also du. Ne, ich heiße Ganggum. Ganggum. Immer diese Ganggum. So, ich mache mir jetzt vor dir. Okay, Eis-Schaufel. Hä? Der haut... Ich habe einen Eis-Schaufel. Mann, immer diese Abstauber, Alter. Dieser Scheiß Luigi da. Oh, ich habe ein Dia-Schwert. Shit, ich habe schon ein Dia-Schwert. Ich auch. Das ist gerade eben. Ich habe einen Bogen. Ich habe einen Bogen. Shit, was will ich mit Bogen machen? Gar nicht, weil du nicht spammen kannst. Was? Ach, Mann, habe ich vorne mit? Oh, mein... Oh, ich habe schon wieder die. Ja, ich bin dritter! Ich bin zweiter. Ja! Geil! Kann man noch einen weiter als einen Bogen? Äh... Ich glaube, da kommt eine... Was? Oh, ich habe eine Eins gesucht. Eine Fünf, eine Vier... Und eine Eins, eine Sechs. Ich habe eine Sechs. Boah, so fällt! Ich bin... Drei Felder zurück, Jakob! Ja! Ich glaube, ich habe... So, auf welchem Platz bin ich denn hier? Ich bin auf Platz fünf, du wirst auf Platz sieben. Mienenfeld. Nein! Ich hasse das. Doch! Ich hasse das. Du kannst mir alles sagen. Wenn du das magst, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich mag das. Wieso? Wieso? Ja, weil das geil ist. Wieso? 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 Scheiß! Wienfeld! Ganz ehrlich gesagt! Ich dachte, du wachst. Das wäre doch schlimmer als Weltschmurt! So! Jetzt ist... Wienfeld mein Hassspiel. Jetzt fehlt nur noch so ein Wort. Mag ich nicht. Mann! So! So! Hä? Ich hab's überlebt. Loll! Nein! Sag nicht! Oh! Überlebt! Sag nicht! Oh! Überlebt! Sag nicht! Oh! Überlebt! Ich überlebt das nicht! Ja freut mich, dass es der Typ geschafft hat! Nein! Ich war grad ganz vorne! Ich bin... Ich bin... Ich bin vierter Platz! Mann! Ich war vierter Platz! Ich... Ich bin gut, oder? 65 Felder gibt's hier! Ne drei! Ne vier! Auf welchem Feld bist du? Ja! Boah! So fällt's? Nein! Ja! Zwei Felder nach vorne! Endlich! Ja! Ich bin... Ne doch nicht! Doch! Ja! Ich bin Platz sieben, du bist Platz sechs! Oh ja! Jump in drunne! Ja! Jump in drunne! Oh ne! Nee! Ich hab das Spiel schon mal gespielt! Du musst nach einwand spielen! Ja! Das Spiel beginnt in drei! Zwei! Eins! Das kann ich wirklich gespielt! Äh! Achso! Hä? Ich... Verkackt! Äh... Verkackt! Ach, man muss hier? Nee! Hä? Scheiß Auto Jump! Äh... Wie... Wie... Wie soll man... Hä? Wie soll man das... Welchen Jump? Hä? Okay, den hab ich! Nein! Was zum... Du bist herunter gefallen! Yeah! Ey! Nee! Wo bist du? Oh doch! Wo bist du? Ey! Wie soll man das schaffen? Welchen Jump? Ist das der Leiter? Hä? Welchen Jump meinst du? Ey! Mann! Ich hab auch... Assi! Oh doch! Ich hab das Unmögliche... Möglich gemacht! Ich hab das Unmögliche... Wie alt bist du denn? Ich bin... Auf Platz 9! Ne! Ich bin 5! Hä? Wie soll man diesen Jump schaffen? Hä? Welchen? Meinst du das Leiter? Ja! Also nicht ganz am Anfang! Ist halt ganz easy! Wie hast du das geschafft? Hä? Hä? Du musst einfach Sprint mit anlaufen! Ach, jetzt hab ich's geschafft! Ja, siehst du? Nein! Oh, doch! So, wenn ich das jetzt verkacke... Da weiß ich auch nicht... Ja, doch, doch... Verkackt! Ja, ja... Ist es auf der rechten Seite einfach als auf der linken Seite? Soll man hier... Keit... Ne, ne, äh... Ich hab's geschafft! Ich bin vierter... Ich bin siebter... Und hab meinen ersten Checkpoint! Ich bin vierter! Ich bin siebter! Ach ja... Ja, ich hab's doch geschafft! Was wirklich? Ne, zwei! Ne, zwei! Ne, vier! Ne, fucking zwei! Ich bin im Baum! Du bist im Baum! Ne, im Baum, das ist halt das Baum! Was? Das ist halt das Viech, das ist dafür! Ach so! Oh nee! Seit diesem neuen Update, Alter, das ist das Beschützendste, was ich je gesehen hab! Glaubst du, ich nicht? Es ist ein bisschen unfair, muss man sagen. Ja, ganz ehrlich. Ja, wenn du schon stoppst, dann wirst du trotzdem zurück teleportiert. Hä? Genau das meine ich. Ich habe gerade von... Oh, okay. Hä? Hä, was soll, ihr Idioten. Nein, da haben gar keine... Hä? Das ist ein Volltrottel. Ah! Hä? Ich bin vierter. Ich wäre dritter geworden. Handel. Ah! Ne sechser. Fällt 20. Ich bin 18. Ah, hi, was geht hier? Hä? Hier. Da. Das sehe ich zwar nicht. Wullo-Block. Das. Wullo-Block. Das geht ordentlich. Ich scherbe mich einfach an. Dieses wie viel? Was wäre, wenn man hier afkar stehen bleibt und gewinnt? Was? Ja, einfach afkar stehen bleiben und gewinnt. Das wäre es halt so eine Challenge machen. Oh mein Gott. Schwarz. Schwarz gibt es in meiner Nähe zum Glück. Oh, ich rot. Na, das ist auch noch ein. Oh, Alter. Ich kann das selber die Schäder unterscheiden. Orange. Okay. Oh, das war knapp. Okay. Orange. Achso. Ich bin noch Erste. Ja, ja. Herr Violett? Da. Shit. Ich hätte es fast geschafft. Ja, ich bin aber noch... Ja, okay. Ich habe keine Farben-Schwäche. Ich habe keine Farben-Schwäche. In dem Schädel ist es halt viel zu ultra. Eine Eins. Eine Vier. Da bist du also. Hi. Guck mal hier. Vor mir steht jemand. Hi. Achso, der da hinten. Bist du der Grüne? Ja, hi. Der jetzt hilft und sneak. Ja, ja. So. Ich will Platz. Es wird gespielt. Freier Fall. Oh, nee. Ich hasse das. Freier Fall. Schenkst du mir irgendwas, wenn ich das Erste schaffe? Opfer bin. Ja. Ich schaffe das nie. Ich werde das nie schaffen. Wo ist hier eigentlich das Wasser? Oh Gott. Das ist Wasser, Alter. Hä? Wo ist das Wasser? Das Kleine da? Boah, endlich. Krokodil. Erde. Da ist noch kein... Soll man das jetzt hier schaffen? Hä? So, und hier. Was ist hier denn Wasser? Ach, geschafft. Kriege ich jetzt einen Keks? Nee. Das habe ich schon mal geschafft hier. Hat es. Ja, verstehe. Hat da... Hat... Hä? Und hier Wasser? Ich weiß. Hä? Ach, das... Ich habe es gesehen. Jetzt sind die Schatten bei mir unten geladen. Ach da. Lol. Ich dachte, es wäre Eis. Ach so. Ne 5,1. Ne 1. Ja. Warte. Wartet, das wüsst du denn. Mal verdammt, ich habe noch eins vor mir. Verdammt. Ich bin Platz 9. Direkt in Platz 8. Was bin ich? Oh, ne. Oh, ne. Okay, eigentlich bin ich gut in Spam. Ja, das geht ja nicht um Spam, sondern... Aber okay, eigentlich schon. Ne, eigentlich schon. Eigentlich nicht. Ne, doch, eigentlich schon. Was jetzt, Alter? Bliff. Das Bäume rückt. Ach, ein. Ja. Kriegt man für kleinere Stinger weniger Punkte? Ich glaube, mehr. Ja, ich habe einen Zombie getroffen und da für zwei. Und für so ein kleines Vieh kriege ich nur einen Punkt. Ja, okay. Für den Slime habe ich auch nur einen Punkt. Ja, Slime ist ja auch groß. Hä, wieso? Ach, der... Jetzt hat irgendwer... Ich bin Sechster. Für diese Golddinger... Ich bin Achter. Ist auch nicht viel besser. Weil ich diesen Gold-Zombie eigentlich nie kriege. Ah, sechs Punkte. Ich bin dritter. Der hat einfach ein Double-Punkt-Item. Ja, geiler. Dritter Platz. Mann, ich bin neunter. Bin schlecht. Doch, ja. Ich will etwas Gutes überprüfen. Bitte, bitte. Sechs. Gut, zwei. Drei. Neun Punkt. Ganz ehrlich, Alter. Auf Platz 34. Äh, Feld 34. Ganz ehrlich, Alter. Was ist... Hat man das gehört? Ja. Äh, dead kill. Äh, was war das? Keine Ahnung. Ach so, oh nein, 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 nein. Äh, was muss man hier machen? Oh, man muss versuchen, bis da ganz nach oben zu kommen. Und man hat fünf oder vier Blöcke. Ja, fünf. Ey, das ist so der Abfuck. Das habe ich noch nie gespielt. Das ist einfach der Abfuck, ohne Witz. Ich kriege... Ich komme eher runter als hoch. Ja, ich weiß. Ist doch schwierig. Kann man einen Block abbauen? Äh, also du kannst, äh, hier die Laternen abbauen. Und krieg dafür Blocken. Ja. Geht praktisch. Echt. Ne. Mist, mir fällt mir ein Block. Ach so. Oh, da sind zwei... Autojump ist so scheiße bei diesem Spiel. Was hat Text drin? Was? Alter, wie viel... Egal, ich gehe noch rum. Geh auch noch rum. Wie sollte man auch noch unten kommen? Gehen. Äh, keine Ahnung. Wenn der Magen heißt. So bist du gut. Ja, ich kenne mich. So, das kommt. Kann nicht schlecht. Okay, Blöcke. Ich habe da jetzt einen Block. Noll, hier sind einfach zwei Blöcke. Also nebeneinander. Ja, muss jemand platziert haben. Ja, ne? Geil. Ich stelle vor, dass war ich selbst. Das wär's. Also bei... Noll. Du belegst dir den sechsten Platz. Ne, ha, 16. Äh, ich meine 15. Ne, 10. 10. So, komm. Option, Kontrollen. Autojump. Ne, 6. Ne, 2. Ja, geil, ne? 14, 30. Mach ich mir Platz 32. Also, fällst. Äh, ich lieb's denn. Es fällst. Ich bin auf... Knockout. Och. Knockout. Oh, nur kommt mir nicht richtig gut. Irgendwie auch. Irgendwie, aber man weiß es nicht. Marcel. Ja. Marcel. Ja. Ich tage das nicht. Hier, guck. Hier, guck. Ah. Ja. Oh. Alter. Alter. Ich, ich glaub, ich soll zu Schäden gleich was machen. Ha. Okay, eins. Ja, ich hab einen Punkt. Super Schlag. Mann. Ich hab zweimal Super Schlag. Ah. Warte, ich muss was für das Schäden ausmachen. Äh, aus. Lass mich mal. Ich will meinen Super Schlag ausnützen. Alter. Der hat Super Schläge. Und der ist... Oh. Ah. Äh. Ich hab gar keinen ausgestanden. Hör, halt's auf. Ja, ich bin zu blöd. Ja, das stimmt. Das leckt auf. Super. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Herzlichen Glückwunsch. Er schlägt mich runter. Hä? Wieso? Hä? Das ist verboten. Ah, okay. Jemand runterzuschlagen. Ich hab rausgefunden, wie man gar keinen Knockback kriegt. Wenn man es liegt. Nein. Heavy. Ich hab TNT. Was kann man damit machen? So, TNT. Nein, aufhören. TNT. Oh mein Gott. Ich hab grad zwei Kills ineinander gemacht. Ich hab's verkacken. Da hab ich direkt. Yay. Löcher. Ja. Nein. Hä? Der hatte... Haßlaag. Deck das. Ich hab ganz viele Mikro, klar. Oh, ich hab TNT. Boah, ich hasse jedes Spiel. Ich setz jetzt dieses TNT, weil ich mich nicht setzen kann. Willst du noch da? Egal. So, äh. Ich bin jetzt auf Flitreis. 41, 65, 65. Ich werde hier noch mit Korn. Ich bin jetzt auf Flitreis. Uh-uh. Ne, ich habe... Ja. Fünf fertig. Oh, tengo Mor pedal. Miniseriver. Oh, ja. Miniseriver Games, ja. Ich denke, noch nicht. Ja, denke. Oh, fornigst, Saturn. Ich bin fast. Es ist nett. Äh, eigentlich ist es bei jedem, so. Okay. Es funktioniert. Also passt bei jedem. oh mein gott op equip alter also das beste was ich hier gekriegt habe ja komm ja komm der hat die hose hier ja nein danke da ist jemand ja komm wie viele herz hatte denn ich werde sechster oder siebter mann die hast diese leute hasse ich ja die am ende kämpfen ja du belegst der zwölften klatsch der typ schreibt hexes mal ich bin allein auf meinen hellen und jemand hat gewonnen ja dann würde ich sagen das war es auch von von mir heute und da sehen wir uns beim nächsten video ciao action dubstep yo ciao